Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und bei laut gegen Nazis unterstützend mitwirken darf. Nach den Bildern von der kürzlichen Demo in Berlin, wo alle dann unfassbar überrascht waren, dass Nazis mitgelaufen sind. Man hätte das ahnen können, das war wirklich vorher nicht klar. Die dann den Reichstag gestürmt haben und wilde Reden geschwungen haben, würde ich sagen, wie es auch schon in der Ankündigung hier geheißen hat, wir müssen sehr, sehr laut sein gegen Nazis und wir müssen sehr aufpassen und wir dürfen, was auch ein bisschen eine Tendenz ist, nicht mehr so tun, ja, die sind ja alle ein bisschen dumm und die ganzen Corona-Leugner, ist ja auch ein bisschen witzig. Nee, sind sie nicht. Gerade ist das alles relativ unwitzig für mich und gefährlich und wir müssen uns dessen bewusst sein und wir müssen dagegen halten, weil kein Zentimeter und so. In diesem Sinne, danke für die Einladung. Sitz-Mosch-Pit So Mondlandung, so 1er-Abi, so Astro-Naut, so das Tal der Papi, so null Diät, so niemals schlafen, so eben mal die Koffer packen, so weit, so gut, solitär, so keine Zeit, ab ans Meer, sozial, so muss das sein, soll erfüllt, du lässt es sein. Wo ist es hin, das Leben aus Prospekten, nur heiße Luft mit ein paar Knalleffekten. Wo ist es hin, dein Leben samt Geschichten, ich geh da hin, und werde dann berichten. So schwarz und weiß, so rosa Brille, so absolut, so letzter Wilde, so 95 in der 30er-Zone, keine Rücksicht geht auch ohne. So grader Scheitel, so schiefes Denken, so laut Lachen in den Abgrund Lenken, so konsequent über andere Lachen, so niemals irgendwas richtig machen. Kopfschleinplaster auf der Überholspur, ewig Party, dann Mutter, Kind, Kur. So frenetisch, so erwachsen, so penibel machst du Faxen. Wo ist es hin, das Leben aus Prospekten, nur heiße Luft mit ein paar Knalleffekten. Wo ist es hin, dein Leben samt Geschichten, ich geh da hin, und werde dann berichten. Wie viel du weißt, und so gut es geht, so energisch, so konkret, so perplex, so lala. Jemand war schon vor dir da. So extratisch, so monoton, so auf Abruf, so autonom. Es ist Spaß, denn das Vergnügen fallen es zuerst wie Fliegen. Wo ist es hin, das Leben aus Prospekten, nur heiße Luft mit ein paar Knalleffekten. Wo ist es hin, mein Leben samt Geschichten, ich geh da hin, und werde dann berichten. Wo ist es hin, das Leben aus Prospekten, nur heiße Luft mit ein paar Knalleffekten. Wo ist es hin, dein Leben samt Geschichten, ich geh da hin, und werde dann berichten.